Der seit vielen Jahren beliebte und bewährte Arts Vitality Wobblesmart Therapiekreise kommt jetzt ergänzend in einer neuen Version, nämlich als XL mit einem langen Board. Genau wie das Ursprungsprodukt ist auch dieses hier aus europäischem Holz in Deutschland gefertigt und verfügt über die bekannten Einstellmöglichkeiten, die sechs verschiedene Intensitäten ermöglichen. Mit einer Länge von 75 cm, einer Breite von 25 cm und einem Gewicht von 1.900 g gleicht es einem Skateboard, einem Snowboard oder einem Surfbrett, eignet sich als Trainingsplattform und sieht nochmal eine ganze Ecke cooler aus in eurem Trainingsraum oder Wohnzimmer. Die beiden Löcher ermöglichen die Fixierung zum Beispiel von Gummibändern, sodass ihr ganzheitlich trainieren könnt. Das Produkt ist so angelegt, dass der Massenschwerpunkt hier in der Mitte liegt. Das Produkt findet Anwendung zum Gleichgewichts- und Koordinationstraining genauso wie zum Krafttraining. Ihr könnt nicht nur im Stand darauf trainieren, sondern es auch im Liegestütz oder im Sitzen einsetzen. Das Produkt ist mit einem wasserbasierten Lack gefinisht und verfügt über die gleiche hochwertige Anti-Rutscheinrichtung wie der ursprüngliche Wabelsmart. Ihr setzt dieses Produkt zum Gleichgewichtstraining ein, Koordinationstraining und zum Krafttraining. Wir verwenden die gleiche Platte auch für eine andere Variante, die ich euch im nächsten Film zeige. Wenn ihr euch für das Thema Sport und Gesundheit interessiert, dann liked sehr gerne diesen Film. Abonniert unseren Kanal oder sendet uns Kommentare. Bis bald!